und damit, ja wir sinds wieder, es kommt doch keine Zeitraffaufnahme, weil Leland einfach zu doof war und hat alles wieder gelöscht, ja, tut mir leid, also ich kann ja nichts dafür, ne, ja, ähm, leider waren wir wirklich mal zu schnell unterwegs, ganze Motorradnahmen sind weg, Aufnahmen sind weg, äh, die, der Zeitrafferdings ist weg, ähm, das, äh, ist ja alles weg, Fortnite-Video ist weg, äh, und, 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 ja, keine, große, weil, es war, es wäre zwar geil gewesen, vielleicht mache ich auch noch mal irgendwann ein, äh, LS-Video, aber wir werden sehen, wie wäre denn in dem Leben? Ja, jetzt gehts den nächsten Auftrag ein, wo kommen sie sich nicht mehr an? Äh, jetzt gehts bei den nächsten Auftrag ein, ich will nur schnell noch die Felder ansehen lassen, und, ja, ich mach jetzt mal ab, wie gesagt, auch mal bei TikTok vorbeigucken, dass wir vielleicht da schon mal ein Stream machen können, wäre ja cool, hier, eingeblendete Nahrung, ja, ich will jetzt mal schnell ein Video machen, und, ja, Hi, Leute, von TikTok, ich mach grad ein YouTube-Video, guckt auf jeden Fall vorbei, calm, na, ich blende selber rein, fällig jetzt, yes, Bruder, guckt auf jeden Fall vorbei, calm, na, 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 ich bin ja, ich blende selber rein, fällig jetzt, ho, und, ja, Hallo, Hallo, Hi, Leute, von TikTok, hi, Leute, von TikTok, mach grad ein YouTube-Video, mach grad ein YouTube-Video, guckt auf jeden Fall vorbei calm naja ich stehe den Blatt selber ein für die Liste yes meine Leute von TikTok guckt auf jeden Fall vorbei calm naja ich stehe den Blatt selber ein für die Liste yes so lange die TikTok-Videos da ja und ja oh so lange die Liste aber das ist nicht und wie ist das wie die Schauspieler wo ist es meine Leute von TikTok guckt auf jeden Fall vorbei calm naja ich stehe den Blatt selber ein yes Wie gesagt, auf YouTube gibt es auch, äh, auf TikTok gibt es auch, jetzt zum Beispiel Aufnahmen von, wenn ich mal Zeitraffer aufnehme oder mal andere Sachen tue, oder was, und ja, so, dann sind wir mit Grubbern schon mal fertig. Ich meine, jetzt ein bisschen Ordnung machen, deswegen in der Folge wird nicht so viel passieren. Einmal mal ein bisschen, ja, erster Schultag, äh, kann man mal machen, lieber nicht. So, ich stelle den Grubber mal schnell hier ab, dann tue ich mal, ähm, das, das Erntezoll, also die Ernte in die Fügel kippen, so, dann geht's mal schnell zum Anhänger. Wir haben Weizen angesehen, das heißt, also, wir haben jetzt Schultzgeld, ich überleg, ob die hier Strohballen machen. Weil Strohballen haben schon mal was geiles, aber die Farben, wir kriegen, wir haben nix, wir haben auch noch den Kredit, den könnten wir uns abbezahlen, jetzt. Ja, dann, ich warte, doch, ne, gucken, ne, ist schon weg. Hä, wir sind ja komplett im Plus jetzt eigentlich, oder? Oh, ja, weil, keine Farben, so, ja, wir sind im Plus. Geil. Hä, wir sind im Plus? Digga, was ist das für ne geile Farben? Fangt doch einfach mal mit Standard-Equipenlagen, kauft euch alles, mietet nix, bezahlt, wenn ihr einen Kredit zurück, fertig ist. Ihr müsst nicht die großen Waschinen haben. Halt, Auftrag, auf, äh, Aufgaben gehen ja auch gut. Also, da, da verdiene ich ja gefühlt mein meisteres Geld mit. Ja, das ist jetzt halt ehrlich, dass ich alle Aufnahmen würde schon. Wir haben die Konferenz, äh, die Konferenz, äh, 18 abgeärmt. Vielleicht, hab ich auch noch die Aufnahmen und ich seh's nur nicht. Ja, das wäre natürlich cool, wenn das auch mehr. Ja. So, wir stellen mal alles unter. Und dann, das austun. Ja, austun, gar nicht läuft. Und, so, wir gucken. Hey, die 18 ist schon wieder, ja, wobei... Machen wir die neuen Französer. Und dann können wir die Tügel... Die Wichtigung, die Wichtigung, die Wichtigung, die Wichtigung, die Wichtigung, die Wichtigung, ähm, wir machen die 16. Nee, kann auch noch mehr, auch keine Lust, die 9 machen wir noch. Wohl, nee, äh. Oh, es gibt doch ein Heilgefühl, das müssen wir machen. Das ist gut, das habe ich jetzt gern. Ja, machen wir das. So, sollen wir die Kamera auch einstellen, das machen wir. Oh ja. Aua. Und Leute, auf dem... Ach ja, ich sag ja immer so, auf dem... Jetzt bei TikToks wieder mal was ich film, dann werde ich bald mal ein Video vergessen, die Nachbarungnahme. Und ja. Also, dass wir dann kommen, wo wenn ihr schon, ja... Vergiss. Ja, auf jeden Fall. Weil ich film... Mit dem Handy, so viel geht es nicht. Deswegen ist es ja auch nicht so eine gute Qualität. Manche Leute sagen, es ist eine gute Qualität, also manche Freunde, manche nicht. Ich heu. Buuuuuuu. Biuuuu. Und ich will jetzt sofort, am liebsten, die tausend Follower auf Twitter bereit, dass man da schon mal leicht sehen kann. Das ist schlecht. Das ist nicht. Ich will nicht noch, wenn ich einen Teppel habe. Ich will nicht noch, wenn ich einen Teppel habe. Ich will nicht noch, wenn ich einen Teppel habe. Ich will nicht noch, wenn ich einen Teppel habe. Ich will nicht noch, wenn ich einen Teppel habe. Ich will nicht noch, wenn Du nicht mal jemand befolgen. Also mindestens 1000 Leute befolgen. Ach komm, scheiß ab. Oh, die Elf. Oh, die Elf, die wir hier wieder tun. Ist das die Wahrheit, Morgans? Ich habe keinen Fall, wie es das zusammen macht. Ja, Leute. Jo. Auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo da. Das ist super. Und ja, jetzt sind wir gleich mit der Aufgabe fertig, dann guck mal, was wir angesehen haben, unsere Schienen selber machen und dann war es ja schon wieder da mit der Aufnahme. Da ist die Aufnahme schon wieder rumzugeschafft. Außer nicht. Auf TikTok habe ich 224 oder 228, weil ich es nicht genommen habe. Auf jeden Fall mal mehr auf YouTube wie auf TikTok. Na wohl, weiß man nicht. YouTube sind halt die langen Videos, ne? TikTok machst du mal drücken. Hallo. Wie geht's euch? Falt mir auf YouTube und auf TikTok. Und fertig. Auf YouTube runter, dann kann ich nur gucken, wo ein neues Video und dann auch noch ein paar Minuten sprechen. So. Schreibt auf jeden Fall bei TikTok mal rein. Ihr macht da ein Video. Das kommt auf jeden Fall. Äh, wie diese Web. Und was am meisten Herzen hat oder Daumen hoch oder wie das ist ja auf TikTok. Das hat gewonnen. Also, dann mache ich ein TikTok-Video, damit auch die TikTok-Leute beschaden werden. Und dann auf, also das meiste. Oder so. Warte mal, wie macht man das? Wie könnte man das machen? Oh, geil. Hm. Wie könnte man das mal bösen? Man weiß, man weiß mal die Washington-Serve. Guck mal, weil letztes Mal habe ich eine komplette Totalmine von 4.000. Das mache ich mit so einer kleinen Aufgabe weg. Wuhu. Das war jetzt aber, ich hatte auch keinen großen Bedanken dabei. Einfach mal eine geile Web machen, wo man keine Abzüge kriegt und alles. Also, fast keine. So, wir machen jetzt noch die Maschinen sauber und dann wird das Video auch schon zu Ende sein, leider. Dann machen wir noch ein neues Video. Und erst mal die TikTok-Anlage. So, Leute. Das soll ich gewinnen sein. Hoffentlich hat es euch gefallen. Guckt bei TikTok und lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.